Hallo und willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal und zwar zu einer neuen Folge Clash of Clans und heute greifen wir nur mit Barbaren an. Jetzt werde ich erstmal hier noch was kaufen. So, diese Bombe, die werde ich hier hinstellen. Jetzt würde ich sagen, gehen wir in den Kampf nur mit Barbaren. Let's, nee, den greifen wir nicht an. Wenn ich einen Gegner gefunden habe, sehen wir uns wieder. So, ich habe einen Gegner gefunden und haue gleich nur 20 Barbaren raus. Das ist perfekt und die haben den Ton noch nicht. Ich habe den Ton noch nicht. Heute, einen Spaß, jetzt klingelt das Telefon. Sie hat 12, 10 Mal ein Handy, fast rausgekommen. Nein, ich habe einen Miner, der hat mir eine Barbaren so schnell weg. Sie machten auch extrem viel Schaden. Und wie kommen sie da dabei? Nein, ich habe mich so. Ihr ist doch vor und scheiße. Sie sind hier schon alle tot. Kommt, haut die Mauer ein, haut die Mauer ein. Haut die Mauer ein. Haut die Mauer ein, haut die Mauer ein. Haut weg die Scheiße. Leute, die haben ja richtig viel Damage gemacht. Ja, wir haben hier gewonnen, aber die haben echt viel zerstört. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst den Daumen nach oben da und schreibt mir in die Kommentare, mit was wir als Nächstes angreifen sollen. Macht's gut. Cheerio. Und sorry, dass es nun jetzt das Video ist. Cheerio und ciao. Meda.